Sommerschlussverkauf bei Your Diamond Painting vom 14.8. bis 21.8. 30% auf die gesamte Lagerware. Zu jeder Bestellung gibt es einen Trichter gratis dazu in verschiedenen Farben. Also schlagt zu, schnuppert rein auf die Seite, der Link ist in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Sommershopping wünscht euch eure Anni. So und jetzt viel Spaß bei dem Diamond Painting Video. Hallo meine lieben Diamonds und herzlich willkommen zum Diamond Paint With Me. Ja, wir painten jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt Jon Snow wieder ausgepackt nach fast einem Jahr, in dem er in der Schublade lag. Ne, seit, ja, ein halbes Jahr ungefähr. Ich glaube Dezember habe ich ihn gekriegt oder Oktober letztes Jahr. Und dann habe ich immer andere Projekte gemacht und der wurde total vergessen. Und deshalb habe ich ihn jetzt wieder ausgepackt, weil ich möchte ihn jetzt fertig machen für euch. Ich möchte ihn euch unbedingt zeigen und zwar im fertigen Zustand. Nebenbei mache ich noch den Yoda und ein kleines Bild. Wie weit ich mit dem Yoda bin, habt ihr ja letztes Mal schon gesehen. Und am Ende des Videos zeige ich euch auch das kleine Bild. So, ihr habt gesehen am Anfang des Videos, Your Diamond Painting hat Sommerschlussverkauf, 30% Rabatt auf die gesamte Lagerware. Also an eurer Stelle würde ich da mal echt vorbeischauen. Die haben so schöne Bilder. Ja, Teilbilder, Komplettbilder, fünfteilige Bilder, dreiteilige Bilder, wie auch immer. Schaut einfach vorbei. Notizbücher, alles dabei. Haut rein, Sommerschlussverkauf ist immer toll. Da kann man immer richtig zuschlagen. Von daher habe ich da jetzt auch die Werbung direkt am Anfang eingeblendet, damit ihr es auch seht, direkt am Anfang, bevor ihr irgendwie mitten im Video vor Langeweile ausschaltet. Ja, was gibt es sonst Neues? Hm. Eigentlich nicht viel. Jon Snow und Ghost habe ich zuletzt wirklich vor einigen Monaten gemacht. Und ich weiß nicht, warum ich ihn nicht weitergemacht habe. Ich weiß es wirklich nicht. Aber jetzt wurde es mal Zeit. Ansonsten, wie ihr hört, ich habe ein anderes Mikro. Ich teste im Moment ein Headset. Und das Mikro ist davon echt gut. Deshalb habe ich es diesmal aufgesetzt und dachte mir, ich brabbel auf euch ein. Ansonsten wird in den nächsten Tagen folgen. Wieder ein bisschen Baby Yoda. Ein paar Do-It-Yourself-Tricks und Kniffs. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Ich habe vor, nochmal einen Livestream zu testen, zu wagen. Wenn der nicht funktioniert, dann lasse ich es ganz. Aber ich dachte mir, einmal probiere ich noch. Ansonsten, wenn das auf YouTube nicht funktioniert, werde ich es auf, weiß ich nicht, auf andere Weise mal versuchen. Wie ihr seht, runde Steinchen funktionieren sehr, sehr flott. Und ich habe es lange nicht mehr gemacht mit runden Steinchen. Ich habe immer eckige Steinchen. Und ich dachte mir einfach, ich mache mal wieder ältere Bilder fertig, damit ihr die mal auch fertig seht. Ihr habt die Anboxes gesehen und wartet wahrscheinlich ungeduldig, geduldig auf die fertigen Bilder. Von daher werde ich das jetzt alles fertigstellen und euch immer zeigen. Ansonsten bitte ich euch, wenn ihr Vorschläge habt für Videos, Ideen, Tricks oder Kritik, schreibt es in die Kommentare und ich werde es mir zu Herzen nehmen. Ansonsten, möchtet ihr mir Briefe schreiben, sonstiges, die Adressen, Packstation und Co., alles in der Videobeschreibung. Genauso wie die Seite von New Diamond Painting, für die ich Werbung mache. Ich bin mit denen in Kooperation, von daher wundert euch nicht, wenn ich sie in den letzten Videos sehr oft erwähne. Es ist nun mal, wie es ist. Und ich stehe hinter der Firma und ich hoffe, dass ihr da mal vorbeischaut. Denn so schöne Bilder und ja, einfach toll. Ich kann es nur empfehlen. John Snow ist ja auch von New Diamond Painting, genauso wie Baby Yoda. Und wie ihr ja hier sehen könnt, top Qualität. So, und jetzt zeige ich euch das Resultat von meinem Painting heute. Und was ich noch nebenbei an Projekt mache, zeige ich euch jetzt auch. Und zwar bin ich an diesem kleinen Bild dran, was jetzt halb fertig ist. Joa, so kleine Bilder nebenbei macht, glaube ich, fast jeder von euch. Und ich sage jetzt mal, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt mir einfach. Schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir E-Mails, was auch immer. Ich bin für euch da und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Eure Anni. Tschüss. Tschüss.